Hallo YouTube und Willkommen in diesem Video von diesem Monat bei anderen. Jetzt wiederholen wir es mal wieder. Heute wollte ich über Siegen reden. Siegen ist eine große Kreis anführliche Stadt und Kreisstadt des Kreises Siegenwittensteins. In Regierungsbezirk Ansberg in Nordrhein-Westfalen mit knapp über 1000 Einwohnern Geld Siegen als Großstadt. Das ist hauptsächlich im Internet. Ich werde es auch unten in die Infobox machen. Das sagen viele. Doch, sagen viele. Hier ist, sagte Sebastian Schüller, wohnt in Siegen. Siegen hat eine Fläche von 114,7 Quadratmetern und ist seit 2011, 2012 die Universität Siegen. Ich habe es auch aus dem Internet. Bei YouTube. Heißt, habe ich Siegen wie die Kugel und dann YouTube dahinter gesetzt. Ja, ich bin fast ein Computer. Könnt ihr auch, wie heißt das, bei YouTube nachgucken. Und dann brauche ich siegen. Und dann brauche ich siegen einfach bei in Google oder sonst was. Ich brauche nur siegen. S-I-E-G-E-N. Siegen. Siegen. Und nichts anderes. Brauche ich dir bei Internet, YouTube oder so einzutippen mit der Tastatur. Da hast du eine Tastatur mit Buchstaben und dann könnt ihr das eintippen. Und nicht mit einer Maus. Mit einer Maus geht das nicht. Da hast du keine Zahlen, Buchstaben und so gar. Und dann tut ihr noch hinter Siege YouTube eingeben. Siegen. Ihr wisst das ja, wie das geschrieben wird. Sie wissen ja Bibels, wie das geschrieben wird. Doch. Sogar die wissen das. Ja. Sogar die wissen das. Ja. Guckt nicht so ihr, ihr Schlauberg. Nichts Schlauberger. Das dritte ist. Und man denkt, Siegen wäre keine Großstadt. Aber Siegen ist eine Großstadt. Hier hat er knapp über 1.000 Einwohner. Und gilt Siegen als Großstadt. Fast wie Berlin. Aber Berlin hat mehr Einwohner als Siegen. Wie Köln. Köln hat auch mehr Einwohner als Siegen. Siegen ist in NRW. Ja. Und. Ja. Siegen kriege Wittgenstein. Und ich wiederhole es mit seiner Zeit. Und ich sehe es mit seiner Zeit. Ich kann die Zeit kurz. Ich bin nicht selb. Ich kann die Zeit kurz. Ich werde auf dem Zeit um. Und wenn ich sehr gut Tomtom ist. Der ist es da. Ich habe eine Zeit. Ich habe einen Zeit um. Ich habe einen Zeit. Ich habe einen Zeit um. Ich habe einen Zeit um. Ich habe einen Zeit um. hier ist es ein bisschen anders mal die flecken sind jetzt hier weg hatte maß dann die flecken sind hier weg und die augen des den augen ist anders ja bis hier sind die augen und hier hat er sein drei tage part so der kommt davon du das nicht rasiert hast und ja jetzt erzählst du mal was über siegen sie ist er verstanden sie ist es ist der schlau sie ist das die komische den aber wenn ihr das nicht versteht dann seid ihr dumm sie sagt er sagt doch was ich verstehe den wof wenn ihr das nicht versteht dann sagt doch was ich verstehe die komische weise mit einer glatze ja er kommt hauptsächlich aus kreuztal und dafür kreuztal hin nach siegen gekommen und erweist nix über siegen die köpfe ist nix über die ist der kopf auf dem weg und ja städte viel kleiner als es und und ich und sag das ich weiß schon wieder ich wiederhole das vorliegt wohnt seit 14 Jahren ich bin 14 doch jetzt natürlich bin 14 du bist ein jahr alt und ja was hat sie dass sie sind und bringt es aus dem konzept st st und ja ich habe gesagt die letzte leber aus der zu ihr jubeln von heute fest du auch nix mehr zu verfressen nicht du nicht du ein anderer egal und ja und guck und so und ja das ist aber wieder was vergessen was zu sagen das dir so irritiert macht übrigens so 6 Minuten 11 Minuten geht doch doch und ja jeden alles hab mich wieder vergessen was sagt man jeden Tier auch und jeden euch jeden euch ihr habt mit aus dem Konzept gebracht und du brauchst nicht mit dem Kopf so ein bisschen ein paar Schettel und ja ich überleg grad was noch mal sagen wollt ich hab immer wieder vergessen wer da dabei ist vergesse jedes mal wer was ist sagen er ist mit hat hier doch 7 und ja du brauchst es so ein zu gucken seit jemals vergessen was sagten wollte ich habe deine beleidete Leberwurst ich hatte den Kratzer uiheh aber auch kein und ja und Was würdest du jetzt sagen? Ja, du kannst dich so lange in die Ecke verstecken wie du willst, aber es bringt immer noch nichts. Ich mit euch beiden hab's vergessen. In der Kamera, und in drei sind das. Kamera, Susau und TomTom. Es sind drei. Ja, er steht gerade in der Ecke und es beleid ist. Es ist immer beleid ist. Natürlich kann er laufen. Seht denn jetzt, der schwebt doch. Du komm mal her, komm her. Guck mal, Susie, jetzt kommt der. Susie, Susie, kommt. Er lacht. Der hat bisschen so viel. Viel, so viel. So hat's Leppenstuff drauf gemacht. Wenn jetzt hier runter... Es packt jetzt so lange, ist das nämlich nicht gefälliger. Wenn ich darüber runter... Er hat Nasenbluten gehabt. Jetzt trägst du die Nasenblut nie mehr raus. Ich weiß, dass du auch Selbstpässt gehabt. Duf komm los sein. Und... Ja... Er... Er kommt aus Kreuztal. Da war ich von... Und... Ach meine... Meine Klasse... Bei... ABZ. Montag, Dienstag, Mittwoch. Meine Klasse... Klasse 8b. Ein paar von Frauen... Und... Noch aus einer anderen Klassiker. Und... Tja... Davor hattest du das. Sagen willst du das nicht? Sonst jammert die wiederum. Bla bla bla. Ja. Und... Dann habe ich es... Angemalt. Was? Nee, angemalt habe ich es nicht. Nee. Nee, macht keine Sorgen. Egal. Und... Tja... Ja. Dann habe ich es mitgenommen. Das war ein weißes Kind. Das passt. Und... Ja. Ja. Geh du mal alles mal auf Klo. Ja. Erst geh drauf auf Klo. Wenn du keine Tür gehört habt, geh es auf. Na, du magst mal alles. Okay. Und... Kreuztal... Liegt... Äh... So wie hier ein Sieger. Äh... So wie sagen wir, hier ist Siegen. Hier Siegen. Und hier... Ist Kreuztal. Und von hier oben bin ich mit dem Bus hin nach Guern gefahren. Je nach so einer Siege. Hier eben nach Hause. Und dann habe ich es wieder geholt. Und... Ja. Ich habe nur meinen Stuhl hier hin. So wie gesagt. Und... Siegen... Siegen hat auch eine Söhne... Hat auch Söhne... Sehr süß. Kannst du mal sagen. Die deutsche Sieburg... Dönerboden... Äh... Eingrauffläden. Haben sagten wir über Eingrauffläden. Kannan. Ah, das wollte ich eben sagen. Mit Eingrauffläden und so. Und... Ja... Siegen hat noch so ein Beispiel. Siegen wie das schön gemacht. Wenn ihr zum Beispiel... Nach Siegen Bahnhof fährt. Wo die... Siegen... Zopp. Wo die da im Bus zu tanzen hin sind. Da ist es... Machwitz schön gemacht. Zum Beispiel... Da liegt da in Siegen... Gibt es auch keinen... Donalds mehr. Aus dem Real. Da gibt es noch... Äh... Ähm... Mit Donalds. Und ja. Da könnt ihr nach Siegen fahren. Zopp. Da ist... Diese Einkaufsstraße. Da... Da wurde es neu gemacht. Aber es war ein Brun da hingemacht. Ein moderner Brun. Eine neue Brücke. Hin am Frieder. Wie der heißen kann. Und... Ja. Da könnt ihr schöne... Fotos machen. Und so. Sekitalerie ist da. Und... Ach hier kommt er wieder. Ui. Äh... Ne. Wir haben uns über das gerettet. Übersiegen. Natürlich übersiegen. Tut er im Kopf. Geil. Und... Und... Ja... Ich hab... Er hat auch gesagt. Da... Da könnt ihr auch sehen. Die Sekitalerie. Die... Siegerlandhalle. Die Siegerlandhalle. Wenn ihr nach... Da unten geht. Wenn ihr da unten geht. Und... Da weiter unten geht. Das sind Siegerlandhalle. Werde es... Bald... Fotos dafür machen. Dann... Es gibt vielleicht... Morgen... Morgensamstag. Oder... Sonntag. Ich glaube Sonntag. Glaub ich mehr Zeit. Da werde ich ein paar Fotos machen. Äußerst... Zeigen. Und... Ja... Überlegt gerade. Sag du doch mal in der Zwischenzeit was. Und... Was geht? Kann man noch sehen. Ja... So auch nah aus. So nah aus. Ähm... So... Da kann man zum Beispiel auch noch... Ähm... Nicht auslaufen. Ähm... Du hast es auch gesagt. Lüge nicht so lüge. Na... Oh... Natürlich hat es gesagt. Und... Ja... Weißt du... Du musst mich nicht sagen. Sagt nervös. Hör auf. Du musst nervös machen. Und... Ja... Äh... Das ist ja... Ich hab jetzt vergessen. Und... So dem der... Nies mal auf dem Toiletten ist... Hör auf dem Kurschen. Nej... Toiletten? Ja gut. Der ist weg. Und... Ja... Äh... Wenn ihr... Mit dem... Wenn ihr in Sigen... Subzeit Z.O.B. Subzeit Zentrale Omligbus Bahnhof. und nachgefragt VWS das VWS ist für Bus und Bahn die macht zum Beispiel Busse zum Fahrrad rum rum zum Fahren und ja rum rum wie Pui 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 oder ich wüsste ja wo die Sekretär ist und daneben paar Meter weiter ist McDonalds oder einmal McDonalds hinter McDonalds ist Bahnhof Eisenbahnbahnhof und da könnt ihr auch mitfahren nach Kreuztal oder nach Köln ich war beim letzten Mal bei Köln da war ich glaube bis 5. oder 6. Kasse da war ich mit meiner Klasse nach Bahnhof gegangen mit Zug Hup hub hub das sind in Köln gefahren mit Zug es hat fast nur ca 1 Stunde gedauert und ja da waren wir zum Beispiel beim Sokolatenmuseum oder wo haben wir denn noch ja das haben wir da haben wir alles erlebt bis aufgeladen müssen wo wir den doch ja es ist was hat das gemacht und ja und 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 ja wir sind wieder nach mit dem zu wieder nach siegen liefern und ja ich weiß hat das eben wieder anhand gemacht das ist egal jetzt für die müssen auch mal wieder nach siegen kommen der bürgermeister von sie können ist 3 mal die auf der Karten 3 mal 3 mal können und die können das und individuell beschreiben er zeigt ist die klasse noch er weiß nicht was es ist und ja wenn ihr auch sein haben wollte er müsste bei die Welt oder Amazon geht weiß nicht ob Amazon das hat jetzt haben wir die Welt guckt und dann müsst ihr warte dritten tritts mal um dann müsst ihr Prozent den Namen hier ab Prozent Prozent auch rein schreiben es wird Prozent den Namen in die Infobox machen die Kameras Städter sind ganz langsam und und ja da könnt ihr die bemalen natürlich ist deshalb das ist wie mal kapierst und ja ich sag den immer da oben da da oben da habt ihr seht ihr das das immer da oben seht ihr das da oben habt ihr das das hin müsste da wo ich meine Hand habe da wo meine Bilder sind da habt ihr das hier sind da habe ich es immer gesehen da schläfst du auch ob du das passt und dann ist mit mir und nein ich bin nicht verrückt und ja da können zum Beispiel wo ihr wo ich bei AWZ war mit meiner Klasse und da ihr äh wie nennt man das da keiner in der Klasse war da war es am Mittwoch mit dem Paar bei Friseur ich will also Friseur werden und da könnten wir den hier bemalen Kopf und äh machen da haben wir so auch so solche Köpfe gehabt das ist jetzt du mit Haaren hier da könnten wir so ein Beispiel ja so was könnten wir halt machen und ja aber jetzt hätte es einfach gut das liegt ja im Kreuz also hier oben wo dann weg hat er jetzt dann hätte es euch das gezeigt aber auch egal besser eigentlich aber egal und ja ja geht doch mal so schlafen jetzt macht er Heier 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 steht hier Heier 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 da oben da oben macht er jetzt Heier Heier nicht im Himmel da oben wo es meine Bilder sind da oben wo es meine Bilder sind ihr seht auch es ist dort Himmel im Himmel wer sagt denn sowas und ja wenn ihr auch nach Siegen gehen könnt dann müsst ihr im Fahrplan gucken im Fahrplan nicht im Lexikon nach Siegen dann muss ich gucken ob ein Zug da hinfährt oder mit einer Liniebos oder so oder ich könnte das kugeln dann hab ich könnt ihr das hier lesen seht ihr das? natürlich seht ihr das hier ich bin in Füße und ich hoffe mal an der Brille Siegen ist eine große kreis 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 anhörige Stadt und wer habt ihr das lesen? ne ob's nicht Stadt und Kreis Stadt die Stadt des kreises weh was Wittgenstadt im Regierungsbezüge Ansberg im Land Nordrhein-Westfalen knapp über über 10.000 Einwohner gilt als große Stadt und so eine kleine Stadt so eine warte so ich hab so eine drüben so 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 der Kanzler das war der Tag gestellt werden die Schichtmasse hätten bis zum nächsten so war eine andere so so weit 1 bis und nächsten Mann vor meinem Freund bis zum nächsten Mal in 3 1 ha ha ha